Herzlich Willkommen zu einem neuen Video heute mit Jasper! Mein Kaffee! Voll der Krüppel! Warte, warte auf mich! Jasper, lass mich betreten! Krüppel! Ich bin voll weit geflogen! Okay, ich suche mir einfach schnell einen Baum! Ich auch! Ach doch, hier hinten! Ist meiner, verpiss dich! Nein, ich suche mir einen anderen schnell! Ja! Ja! Scheiße, hier sind keine Bäume! Wo bist denn du eigentlich? Achso, ich hab aufs Liegen gemacht! Deswegen kannte ich nicht! Trolalalalalala! Ja, oder? Wahrscheinlich machen wir das jetzt! Dann müssen wir kommen jeden Dienstag! Wahrscheinlich, wenn wir Pech haben, konnten Tests dazwischen in der Schule! Ne, Paul? Wir müssen lernen, also scheiße! Naja, vielleicht kommt auch gar kein Test in Bio! Bio haben wir jetzt abgeschlossen! Bio haben wir heute einen scheiß Test geschrieben! Der ist so kacke, Alter! Wir hatten ja noch so ewig lange Zeit zu warten! Ja, und wir haben erst am Donnerstag Bescheid bekommen, ob wir den jetzt... Ob wir das jetzt heute schreiben! Also über was wir heute schreiben! Also einen Tag davor, das ist so scheiße! Oh, das Holz! Das könnte man auch machen! Wie viel Holz hast du schon? Ich habe jetzt 5 und jetzt brauche ich noch den guten Tag! Ich habe schon 14! Oh, Hacker! So! Ah! Da hinten bist du durchselig! Wollen wir Ton anmachen? Ach so, ja, Handy! Ich mache ganz leise! Oh! Ich mache leise! So! Jetzt hört ihr ja alle das hier gleich nicht! So! Feuer mal auf! Alter! Mach mal leise! Ich habe eine Workbench! Brauchst keine Craften! Wo bist du denn? Hinter dir! Dahinten! Du laufst gerade komplett in die falsche Rechte! Da! Du hast den Holz vergessen, du Gelappen! Oh, Höhlspruch! Trinkt was zu essen! Ja, jetzt mach' ne Craft! Ist auch gut! Hm! Hä? Du! 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 Tch! Nicht so schlau mit einer! Nehmen bei laufen! Oh, das ist Puzzis! Ja! Da fährt gerade, glaube ich hoch! Ja! 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 Du bist auf Behinderung! Du bist auf Behinderung! Du bist auf Behinderung! Ich muss nicht lösen! Ah! Junge! Ich auch! Warte, ich bauch uns schon mal Stein ab! Mach' ich doch schon! Echt? Ja gut, warte doch nicht! Ich hab' fast keinen Hunger mehr, aber... Was ist denn? Ich hab' richtig Hunger! Ich auch! Ah! Hier ist irgendwo eine Spinne! Paul? Ja? Die Spinne ist ein Zombie! Bist du behindert? Die Spinne ist doch kein Zombie! Ey, ey, ey! Entschuldigung! Verpiss dich! Das wollte ich nicht! Au! Verpiss dich! Au! Ich baue mich hier gerade ab! Oh, jetzt hau' ab! Ah! Wo ist dieses Spinne? Ich bin Spawner! Hilfe Jasper! Ich bin tot! 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 Ich hab' dich gerettet! Bist du? Ah! Ich bin tot! Hier ist ein Spawner! Jasper! Ich bin tot! Ah! Das geht nicht! Hilfe! Ah! Warte, ich gebe die Kunde! Ich bin tot! 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 Jasper! Hilfe! 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 Ah! Hier ist noch eine! Hilfe! 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 Hier ist noch eine! Hilfe! Oh! Die ist tot! Mach den jetzt! Ich bin tot! Beste Anfang überhaupt! Ähm! Dahinter müssen wir lang! Da waren wir eben! Hier ist auch der Dingsbumf! Alter! Das müssen wir mal irgendwie ändern! Wir wollten ja eigentlich heute nur... Ah! Schön! Holz abbauen und so! Scheiße! Das ist ein Scharf! Die Jorpen darf ich essen! Ah! Ich hab Wolle! Ich hab Wolle! Hier unsere Markierung! Oh! 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 So! Ich laufe mal ein bisschen runter, bevor unser Item... Ich... Wir machen also nicht, äh... PC weil das... Jasper! Schnell! Komm hier runter! Ich bin gleich wieder tot! Warte! Ich muss nur kurz... Ach! Sie kommen nur um auf mich! Hilfe! Jasper! Nein! Hab ich nicht! Hinter der Wolle! Hinter der Wolle! Ich kann mir erst mal... Wo bist denn du? Du müsstest dober im Übermeer sein! Ach! Ach! Ja! Oh! Wir checkern! Wir kommen mit Chicken! Wer ist denn Chicken? 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 Wer sind die Chicken? Jasper! Ich sehe die da oben! Komm runter an den Gang hier rein! Warte! Ich muss mein Holz aufbauen! Und dann spawnt er eine! So! Ich hab jetzt viel Schwerter gemacht! Bist du krank? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Paul! Ich tue zu schnell Hunger! Komm schnell hier hin! Wo bist du? Unten in der einen scheiß Mine! Ich weiß nicht mehr wo die Mine ist! Ich weiß nicht mehr wo die Mine ist! Erstmal ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Ich bin auch gleich tot! Und du stirbst wegen Hunger! Ich bin gleich tot! Nee hier ist der Pumpe! Da! Von unten! Von unten! Von unten! Zwei Gans! Essen macht Schwer! Ich hab zwei Eisen! Ich hab zwei Pumpe! Echt? Gib mal ein Eisen ab! Was? Von hinten kommt eine! Von vorne! Hahaha! Jetzt ist deine Gasse! Jetzt ist Willinger durft wo Opfer! Echt? Genau hinter uns die ganze Zeit schon! Wo bist du? In die andere Richtung kommt Spawn! ICH ICH! Erstmal bleib da! Ich komm gleich! Aber du gehst ja schön was ab! Hier ist genug Essen, Alter! Ich geh hier ja verschimpfen! Ich muss den Bruder das Video noch mal gucken! Ich geh hier ja verschimpfen! Guck mal! Hier ist auf! Hier ist auf! Scheiß anfangen, Leute! Ich hab hier genug was! Oh lecker! Oh! 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 Das Problem ist, wir brauchen was zu essen! Ich hab hier genug was zu essen! Ich hab hier noch drei Hummer-Skyle! Wo stimmt das? Ja, schluck mal auf! Ja, schluck mal auf! Ja, schluck mal auf! Oh, ne, dann! Sie haben das genug was zu essen! Nicht unendlich lange, aber nicht unendlich! Was? Und es ist noch nicht! Was? Ich bin jetzt an allen Seiten! Wo bist denn da voll rein? Oh, ne, das kann mir ein hell machen! Erstmal ist dein PC eigentlich schon an! Schon dann! Was? Der ist noch gar nicht an! Der ist an! Kann ich nicht gucken oder warum ist da nichts? So, jetzt muss ich ihn, glaub ich, in die Richtung! Und er spawnt Kausch! Und! Ich fall hier erst noch hin! Doch, hier! Aber jetzt sag ich nicht! So kommt Hunger gut! Ich weiß jetzt nicht, wo ich bin! So, ich komm jetzt in deine Richtung! Hoffentlich gleich! Lauf mal so teilweise so ein bisschen zum Spawn! Wo wir am Anfang waren! Da! Ich seh dich! Ich seh deinen Namen! Du bist bei der Truhe? Ne, nicht bei der Truhe! Bei hier! Jerusalem! Ah, ich seh deinen Namen! Ja! Hast du was geklaut? Ja! Geh mal an! Ja, hab ich gehört! Jetzt gib mir! Ich hab deine Karotten gefunden! Ah! Du kriegst vielleicht was! Du kriegst was! Du kriegst was! Was hier! Warte! Du hast mir jetzt nur noch... Du hast mir nur Karotten gegeben! Hey! Ich hab nicht mehr! Ja! Ich hab nicht mehr! Ja! Ich hab nicht mehr! Oh! Die Karotten bringen! Ich hab nicht mehr! 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 Ich gönne mir erst mal meine ganzen Items! Die zwei Eisen! Hä? Ich kann nur Lederfüße! Was ist da hinten? Ist ja schon Lara! Ich hab meine Lederfüße angezogen! Hast du dir auch schon irgendwas gewissen? Leute! Schreibt jetzt bitte nicht in die Kommis! Oder irgendwie sowas! Dass ich das Eisenerz da eben überwehen hab! Ich weiß schon, dass ich das gesehen hab! Aber... Ich hab den Back grad auch gesehen! Oh! Komm her! Fallenes Vieh! Komm her! Ja! Komm her! Noch ein bisschen weiter! Und... Oh! Ich hab dich! Okay! Du müsst mich nicht so... Das soll dann ganz aufgehend sein! Ähm... Schau mal bei dem und den vorbei! Und... Es wird bei mich... Nachwurst! Schatz! Ist das Kohle oder warum dauert das? Oh! Ich hab Weizen in der Hand! Oh! Noch mehr Kuh! Noch mehr Kuh! Bestes Deutsch! Ja! 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 Hallo Papi! Haha! Nein! Ich bin ja nur bei Jasper zu Besuch! Wo ist denn da alle kleine Schmarotzer? Ich hab ganz schön fleißig gesammelt! Ah! Ah! Was mir schaden gemacht! Was mir schaden gemacht! Was mir schaden gemacht! Bam! Alter! Wir sollten zusammen! Ah! Warte! Falls du... Falls du... Fühlste brauchst hier! Warte! Ich geb dir welche! Ah ne! Ich kann doch hier rein gehen! Wo ist unsere Crafting Band? Ah! Wacht! Ich bin der Pfiff! Wie viel Leben noch? Das weißt du nicht! Alle vielleicht! Ich bin der Pfiff! Woah! Ich bin der Pfiff! Ich bin der Pfiff! Scheiße! Ja! Mach dir noch einen Schatz! Entweder ich König oder... Wir werden wir gehen in den Dungeon! Ich... Ich schlag dich nicht! Du Modem Dungeon, Alter! Was ist hier? Ich bin der Pfiff! Ich bin der Pfiff! Ich bin der Pfiff! Geil! Mach mehr Eisen nochmal! Nein! Du musst mir was abgeben! Ich bin der Pfiff! Ich bin der Pfiff! Ich bin der Pfiff! Ah! Gib mir was ab! Wo bist du? Ich bin der Pfiff! Ich bin der Pfiff! Ah! Alter! Wir bauen ihn vorne nicht ab! Oh! Kann ich aber nicht! Jetzt gib mir mal was! Danke! Mit der Pfiff! Jawohl! Eual Opfer 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 Opfer! Ich bin der Pfiff! Ual Opfer Opfer Opfer! Woa ein Opfer 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 Opfer! Ich werdeeees Tod, du muss mich in die Ruhe lassen! Warum? Ah! oh ja jetzt geht es wieder weiter ich hab ihm schon mal gekraftet und auf wiedersehen wenn ihr den kanal abonnieren wollt und tschüss ihr kleines mit dem jasper wenn ihr das nicht verleut dann lasst mal einen leiter und tschüss